so wir sind zurück und machen auch weiter mit auktions action Oha, Energie Alter, Alter Ich habe gar nicht gesehen, Junge, die ballern auch gut ein, Junge Oha, ich glaube, wir machen das Was war es schon mit der Auktions-Section oder was? Komische Sache. Ah, wir trugen mal. Oh, ich will auch so leuchtende Rüstung haben. Das ist ja geil. Wie schön ist sowas? So, das ist einfach nur... Jo, geht direkt hier los in Crown City. Alles klar. Ah! 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 Das war's. Ich glaube, wir machen das! 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 So, wir gehen mal hier zu dem... Oh, jetzt sind hier ein paar Leute auf einmal! Wo kommen die denn alle her? Vorher war hier alles leer und auf einmal... Okay! Okay. Wollte ich nur mal anhauen. spaß leute ich bin noch zu lobt wie immer irgendwann können wir auch mal zusammen kämpfen meine freunde schau mal hier ein paar küssen so gute frage liegt ja genau egal teleporter nach oben so ich würde gerne noch hier das ist ja ein sammeln bald habe ich alle sammeln stücke es ist ja wo müssen wir hin da hinten ach komm dann können wir auch gerade einen abstecher hier rüber machen oder noch ein bisschen gas hier zack ich bin direkt wieder weg tschüssi tschüss 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 und das ist wirklich das Beer Wache. Unter 1 kämpfen. Unter 1 kämpfen. Oh, it's you! About time you showed up. I've already played this level like a hundred times. And I died every time, but still. Look, I know what you're thinking. You're afraid you're gonna have to face off against me in a no-holds-barred battle royale, right? Don't worry. Not gonna happen. I don't get paid enough for that. I'm just here to announce the events. And don't you even think of bypassing my witty banter. Seriously, half of the monsters in this wasteland don't even speak my language. Daddy needs an audience. Luckily, we're gonna have one hell of a crowd today. This is gonna be a battle for the ages. Sure, the maestro has had some lousy ideas since he took over, but this is what I can get behind. Idiots from all over Sakaar are lining up for the chance to hack our latest challenger to itty-bitty pieces. Oh, and that latest challenger just so happens to be you. Fun times, right? Look, I could blab all day, but the battle's about to begin. That's my cue. Ladies, gentlemen, and weird bug creatures of all shades and sizes, welcome back to the arena! I'm your merc with a mic, a dead pool! If you're ready to rumble, I'm ready to ramble! So get your fight on! And try not to die, okay? Okay, one thing... What's up there? I have to take a break! Oh man, guys! I have Bound! I'm getting a 안녕 while Volley playing an 600!! Oh man, I'm getting low right now! That's why wouldn't you also pop up? Usually, let's hopefully get out of the way, a cried! Spectacular! You asked for it! ... Oh! 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 Der wirft mit seinen Waffen! Alles klar! Hier! Schön ausgewichen! Ja! Oh, 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 oh. I guess we're doing this. Ooh. Ooh. Oh, I'm actually right down. Oh, oh. Ich habe doch keine Chance gegeben, wenn ich meine Ultra-Kombo jetzt gleich vorbei schaffe. Ja, da haben wir Falle hingelegt. Okay, verbot. Vielleicht lass ich da nicht reingehen, wa? Okay. 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 Ich bin jetzt. Okay. Goodbye. See you later. Okay. Joah. Okay, wo ist er hin? Oh no! Ich bin jetzt weg down. Ich will schon mal eine Pause. So, bin wieder online. Da ist auch mein Kamerad, mit dem ich reden soll. Ich glaube, wir machen das. So, bin wieder. 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 So, bin noch wieder. Oh, ja, oha, ein riesen Vieh, alles klar. Jetzt mal den Fokus ein. Oh, der ist zu schnell. Ja, blub. Spektakular. Sensational. Spektakular. 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 Oh, oh, ich bin betracht. Ich bin betracht. Ich bin betracht. Ich glaube, wir machen das. Ich bin betracht. Ich bin betracht. Ich bin betracht. Ich bin betracht. Das war lustig. Ich bin betracht. Ich bin betracht. Ich bin betracht. Ich bin betracht. Jo, wie viele Black Widows gibt es denn hier noch? So, ich würde sagen, hier wende ich erstmal wieder das Video und im nächsten Video gehen wir dann zum Sklavenmarkt und schauen mal, was da abgeht. Und bis dahin, auf Wiedersehen!